So, bevor wir uns ins Depot fahren, zwei Jushtien, große, stehen da. Der blaue ist ein M&L City. Und der gelbe ist ein Gitaro. Keine Ahnung, was die da da hängt. Ich meine, der ist ja gelb-blau. Für mich soll es das heute gewesen sein. Wir sehen uns vielleicht später nochmal, nach der Musikprobe. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es noch ein Video, vielleicht auch nicht. Kommt ganz schnell auf mich an. Ich liebe es dir.